In unserem Erklärvideo erfährst du heute, wie wir für Unternehmen verlässlich neue Mitarbeiter gewinnen. Wir setzen auf eine bewährte Vierer-Anordnung, die folgende Bausteine umfasst. 1. Landingpage 2. Erklärvideo 3. Mitarbeitervideo 4. Meta-Ads Du möchtest wissen, wie das im Detail funktioniert? Das erkläre ich dir jetzt. 1. Landingpage Im ersten Schritt bauen wir eine Landingpage in Form eines One-Pagers auf. Potenzielle Bewerber müssen die Seite nur einmal durchscrollen und erhalten sofort alle relevanten Informationen über dein Unternehmen und die offenen Positionen. Job-Ausschreibungen können direkt angeklickt werden, um die Job-Details zu lesen. Es ist wichtig, hier schnell auf den Punkt zu kommen, da Bewerber oft nicht die Zeit haben, lange Texte zu lesen. 2. Erklärvideo Oben auf der Landingpage platzieren wir ein Erklärvideo. Viele Menschen schauen sich lieber ein kurzes Video an, anstatt zu lesen. In diesem Video wird dein Unternehmen sowie die offene Stelle prägnant vorgestellt. Wenn der Bewerber interessiert ist, scrollt er weiter nach unten und klickt auf die für ihn interessanten Job-Ausschreibungen. 3. Mitarbeitervideo Ein Mitarbeitervideo ergänzt das Erklärvideo, indem es authentische Einblicke in dein Team und den Arbeitsalltag gibt. Diese schafft Vertrauen und weckt Emotionen bei den potenziellen Bewerbern. Menschen bewerben sich nicht nur auf Jobs, sondern auch auf die Menschen, mit denen sie arbeiten werden. 4. Meta-Ads Sobald die Landingpage, das Erklärvideo und das Mitarbeitervideo bereitstehen, setzen wir eine Meta-Ads-Kampagne auf. Damit erreichst du potenzielle Bewerber auf Facebook und Instagram. Deine Anzeigen sorgen dafür, dass dein Unternehmen immer wieder im Gedächtnis bleibt, auch bei denjenigen, die gerade nicht aktiv auf Jobsuche sind. Wenn sie dann offen für einen Jobwechsel sind, erinnern sie sich an dein Unternehmen. Der große Vorteil dieser Methode, du baust langfristig nachhaltige Sichtbarkeit auf. Wir nutzen erfolgserprobte Strukturen, die dir helfen, Ressourcen effizient einzusetzen. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, wie wir dich bei der Mitarbeitergewinnung unterstützen können, melde dich gerne bei uns. Weitere Informationen findest du auf unserer Website www.company4youandme.com Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Das war's für heute. Wir würden uns freuen, wenn du uns bei den Kommentaren deine Meinung zu diesem Thema mitteilen würdest und wenn dir unser Video gefallen hat, ein Like hinterlassen würdest. Wenn du in Zukunft kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere ganz einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.